Flat System Components fertigt Präzisionsteile aus Stahl, Edelstahl, Messing und Titan. Als Familienbetrieb können wir auf eine über 30-jährige Entwicklung zurückblicken. Im Laufe dieser drei Jahrzehnte hat sich vieles verändert, besonders in unserem technologischen Umfeld. Inzwischen genießen wir in den Bereichen Sensorik sowie Luft- und Raumfahrt einen hervorragenden Ruf. Durch große Flexibilität und schnelle Belieferung heben wir uns deutlich von unseren Wettbewerbern ab. Auch die ausgeprägte Kreativität und Problemlösungskompetenz im Unternehmen verschaffen uns weitere Alleinstellungsmerkmale. Wir fertigen und vertreiben einfache bis hochkomplexe Teile und Baugruppen, Prototypen und ganze Teilefamilien. Unsere Spezialitäten sind komplexe Bearbeitungen für schwierige Geometrien, einbaufertige Präzisionsteile und Komponenten von der Kleinstserie bis zur mittleren Losgröße neben der Luft- und Raumfahrt für Kunden der Regel- und Messtechnik und der Medizintechnik. Flat System Components – Präzision in Vollendung. sind bei Komponenten von der Luft- und Raumfahrt für Komponenten von der Luft- und Raumfahrt für Komponenten. Grundsätzlich in den letzten Jahren Gerobs- und теперь die Luft- und Raumfahrt für Komponenten des S occasionen Sie übernommen.